Was ist das allerbeste an meinem neuen Terrarium? Es hat eine tolle Abflagefläche und die Katzen finden das besonders gut, ne? Der Miro liegt so gerne oben drauf. Ja und die kleine Dali kann von ihrem Plätzchen in der Liegemulde auch alles gut angucken. Man kann da schöne Deko drauf abstellen und die Katzen haben einen Liegeplatz, als hätten sie nicht genug, ne? Miro, Schätzchen, ha? Du, Schokobär. Ja, du magst die Liegefläche, ne? Ja, lass dich mal ein bisschen streicheln, mein Bärchen. Ja, kleiner Prinzen. Ja, so sieht's aus. Einfach perfekt. Abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch weiterhin nichts verpasst. Bis zum nächsten Mal.